guten morgen alle zusammen es ist soweit es geht los ist alles gepackt alles verstaut pepper ist auch hinten drin wir sind ein bisschen müde noch aber freuen uns auch auf die reise und ich würde sagen es geht los und wir treffen nachher dann gleich nico check check also wir sind jetzt am lmc hauptquartier hauptquartier center haben jetzt den trailer abgeholt sitzen ihr im auto wie ihr sehen könnt er wollte es nicht auch hervorstehen gemacht pepper macht sich auch noch bequem und ja würde sagen wir geht es los wir steuern jetzt auf jeden jeden fall was an wo wir essen können wo wir getränke auftanken können und so richtung aus geht er erst mal in die richtung guten morgen alle zusammen ihr seht ich sehe mega fertig aus ich bin total im eimer aber wir haben ein paar stunden geschlafen sind jetzt auf dem weg in den gespensterwald es regnet gestern abend hatte es ein bisschen nebel unsere hoffnung auf nebel wird wahrscheinlich zunichte sein aber ist völlig egal wir sind jetzt hier wir gehen jetzt raus machen fotos und hallo pepper und wir hoffen dass wir jetzt doch den ein oder anderen shop bekommen und wenn nicht ist das nicht schlimm denn wir sind der nordsee wir sind am meer und da ist ja irgendwie alles dann schön wie ihr bei instagram bestimmt schon gesehen haben sind wir mit dem trailer von lmc deutschland unterwegs und zwar haben hier die variante den style 400 f das ist ein nagelneues teil was es seit 2021 glaube ich gibt und dieser hier wurde komplett neu hergestellt und wir dürfen damit jetzt eine woche an der küste deutschlands herumfahren und probieren ein bisschen aus checken die lage damit wir schauen was geht was nicht geht wo vielleicht auch noch verbesserungen sind und bis dann kommen wir nicht so gut voran als gedacht wir hatten schon einige hörten jetzt bestimmt auch schon in den stories gesehen angefangen beim gespensterwald wo wir nicht wussten wo wir parken dürfen bis hin zu corona tests die irgendwie gefühlt unerreichbar für uns sind ja ist alles bisschen schwierig aber wir machen bisher das beste daraus das geile ist und darauf geht darum geht auch am ende wir haben doch alles und alles in allem hier eine coole zeit uns macht trotzdem eine menge spaß und ja wir haben coole spots schon gesehen gespensterwald haben wir gesehen wie gesagt rügen haben wir gekänzelt das haben wir von der route genommen weil wir der meinung waren wir wollen da lieber noch ein bisschen mehr von der letzten seite der ostseeküste beziehungsweise nordsee dann auch sehen und so ist der plan ich würde sagen viel spaß beim video los geht tisch können wir auch unten lassen ja ja halt so tauschen das spiegel spiegel ein bisschen was besser es geht nicht spielt egal ganz cool geworden die nehmen wir mit vor oder ich habe übrigens zweimal ich habe bestimmt zweimal meinen löffel hier rein verloren also da muss so stehen dann fällt er nicht rein und wenn das porridge eingerührt wird und der löffel liegt so schräg dann rutscht er irgendwann rein ich habe heute morgen zweimal meinen löffel gesucht weil ich da drin war und verschwunden war Gimbal da haben wir vorhin die sony draufgepackt mit dem 14 mm von sigma und macht einfach nicht nach würde ich sagen weil es viel zu schwer ist geht gar nicht es wird sich viel zu schwer aber es ist ein geiles teil kann ich empfehlen habe ich ein Review dazu gemacht das heißt wenn du es nicht gesehen hast klick mal hier oben rechts da kannst du dir das Video anschauen ja komm ja wir bringen jetzt noch das das haben wir übrigens auch dabei gar nicht gezeigt vorhin also hier ist meine Polaroid drin und hier habe ich auch noch das 86 600 davon und kennen dabei müssen wir nachher geben schaust dir an hat auf jeden fall hier diesen geilen Blendenring Piper 9 hat den geilen Ring den du einstellen kannst für ISO Blende was auch immer kannst du einstellen ziemlich cool und mega leicht also 600 Millimeter ultra kompakt finde ich gut ich mache es mal wieder hier rein das ist ja nur eine Leihgabe von Canon Deutschland machen wir uns auf jeden Fall sagen wir uns auf jeden Fall also wir haben jetzt eine teststation gefunden hier bei kiel im ostseepark hat die nette dame gesagt am telefon jetzt bin ich mal gespannt ob das auch jetzt funktioniert dass wir ohne termin testen den test durchführen dürfen und unseren reiseausweis damit erhalten wenn möglich bitte wenden ja hier schild ist da max bar es ist objektiv so schwer oder objektiv ist nicht so leicht aber du kommst viel drauf und die zu die zusehenden das war jetzt mal gegendert oder die zusehenden ja die zusehenden haben da mehr im bild können quasi mehr sehen von diesen also wir haben es jetzt geschafft wir haben jetzt unsere so wir haben es jetzt geschafft wir haben jetzt unsere sofort tests bekommen die ergebnisse sind und ich da die werden jetzt in den nächsten 15 minuten kommen wir haben jetzt auf jeden fall einen standort gefunden wo wir ohne termin gleich rein konnten es ging auch mega schnell also jetzt ist alles gut wir bekommen die ergebnisse nachher und können dann hoffentlich gleich ein checken und haben die tests dabei und dann geht es voran und dann geht es richtig los mit wlan mit stromanschluss und ich freue mich darauf dass wird riesig so hätte es von anfang an laufen sollen aber egal so ist nochmal das leben aber ich finde es cool dass wir jetzt auf jeden fall was das angeht mal fertig sind und dann ja ein bisschen auch entspannt weitermachen können genau jetzt wartet noch auf nico nico holt gerade noch drin was zu trinken ein bisschen wasser für uns und dann fahren wir weiter zur nordseeküste und ich hoffe dann finden wir gleich einen stellplatz damit wir noch ein bisschen entspannen können heute weil es regnet halt nur also ja heute ist wieder so ein tag heute regnet es nur irgendwie gefühlt durchgehend das hat man bis jetzt noch nicht gehabt dass es den ganzen tag regnete wir hatten immer glück dass es so nach einer viertelstunde halbe stunde vorbei war wie gestern und vorgestern und jetzt so anhaltend mal schauen vielleicht wird es an der nordsee ein bisschen besser wenn dort mehr wind geht manchmal hat es dann ja einfach das glück dass es nicht regnet oder nur kurz mal schauen wir haben ein platt es hat geklappt es hat geklappt als das hat geklappt wir haben einen steht jemand da wir haben doch tatsächlich einen platz bekommen hier auf diesem doch wunderschönen campingplatz mit wlan mit strom mit dusche sogar aber es gibt einen haken nur eine nacht aber ich habe dem mädchen gesagt das ist mir jetzt egal wir nehmen jetzt einfach mal ich bleibe zu stehen oder das ist genau hinter dem wagen runtergegangen ja wo musst du hin das soll mich an den rand stellen aber so schlau übrigens ist bremen hinten und steigt dann glaube ich ab ok wenn ich mich nicht irre bremen steigt ab tabelle bremen bremen relegation wenn sie bleiben würde so die sind zeitgeschichte ähm genau wir haben läuft die noch? also genau wir haben jetzt einen platz gefunden wir haben alles drin und dran was wir brauchen halt nur eine nacht aber lieber ja lieber eine nacht lieber eine nacht als gar nichts vor allem können wir mal alles aufladen wir haben Wasser wir haben eine dusche wir haben wlan ähm ja das ist mega ich hab grad geschaut ob ihr vorbeikommt aber es sieht ganz gut aus ähm mega ich freue mich dass wir es geschafft haben dass wir wenigstens für eine nacht mal was haben und morgen müssen wir schauen oder? ja wir sehen ja noch andere und dann schauen wir da einfach mal ich hab keine ahnung wie das dann morgen wird aber ja komm morgen morgen wird es schon werden irgendwie irgendwie wird es morgen werden wie sind alle freund dass wir hier sind ok also ich glaub das war es so hier so dann ist das mal raus die ist hier irgendwie warte mal war das so nico? ich hab keine arme äh ja aber sieht gut aus die muss ja auf dem boden sein ach falsch scheiße alter ey ich hab so was noch nie gemacht das auto hebt sich das glaub ich nicht so gut oder? ja die last geht runter aber das jetzt hier das geht nicht so und das jetzt noch? das wird schon zurück oder? ein paar sekunden später dachte wenn der trailer weiß genug oben steht ja sieht doch gut aus sieht gut aus oder? ja ach sehr gut alter ab ja ab achso das muss aber noch höher ja der ist weg ja ab ok eine ewigkeit später stromkabel ja kriegt's ab scheiße also das auf jeden fall wird das gedreht oder wird das abgezogen kann sowas nicht intuitiv sein? so viel später dass es dem alten erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste ja klar klar kamera live? ja ja go and here we go so wir sind jetzt auf dem weg zum Westerheber Leuchtturm ja irgendwie so richtig geiler spot davon verspreche ich mir sehr sehr viel weil ich habe das gefühl egal welches wetter du hast der spot ist immer schön mal sehen mal schauen mal sehen was jetzt draus wird wir sind auf jeden fall auf dem weg gerade dahin und was haben wir dabei? wir haben auf jeden fall eine kamera dabei jeder und ich vermute das ist eher was für die tele brennweiden also ich glaube mit weitwinkel oder so ein 20er 28er brauchst du da gar nicht anzufangen also ich denke ich vermute du brauchst minimum 50 80 mm aufwärts eher mehr mehr ist besser als weniger so ein klassischer fall von gespensterwald würde ich sagen weil da ist auch tele eigentlich viel geiler als ein weitwinkel wobei dort auch noch ein weitwinkel ganz gut geht aber ja das teil muss hier irgendwo gleich noch näher sein das zieht sich dann nur noch mal landauswärts ein bisschen weiter ähm momentan geht es ganz gut vom verkehr also here we go wir sind gleich da wir haben ihn gefunden wir haben ihn gesehen hier vorn hier vorn ist er richtig richtig geil habe ich hier ein paar Haare vor der Linse ja gucken wir mal wieder runter aber egal so Achtung rechts sehen sie Schafe links sehen sie einen Leuchtturm wo kommt er da da hinten guckt er raus ja ok er ist schon da er ist noch sehr verdeckt wir müssen noch ein Stück weiter fahren ich habe ja gedacht wir können den ich habe gedacht wir sehen ihn von hier doch ein bisschen besser aber es ist nicht so hier das Ding ist echt ein scheiß Ding die Haare ja ja ich weiß es ist echt die ganze Zeit runter ich brauche denn irgendwas scharfes abzurasieren es liegt echt die ganze Zeit irgendwo hier im Bild ja gucken wir mal von hier oh hier 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 ja 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 park hier einfach wollen wir schon mal hier was machen ja ja so ist Fahrt verboten dann stelle ich hier hin dann stelle ich mir ein bisschen an den Rand so hier wie gesundes ja ich mache es hier wo wir hier 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 Ihr könnt mich bestimmt gut verstehen. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht. wir sind jetzt wieder zurück vom leuchtturm westerheber sind mega durchgefroren das ist dort gefühlt minus 20 grad kalt durch den durch den wind du weißt gar nicht richtig wo du dich festhalten sollst weil es erstens nichts gibt und im anderen es einfach mega windig ist mein gesicht ist immer noch total eingefroren wie ihr hört ich kann gar nicht richtig reden aber ist ein sehr cooles spot lohnt sich auf jeden fall dass gerade jetzt bei dem wetter jetzt bei regen und so düsteren wolken dramatischen wolken richtig richtig gut also lohnt sich vor allen dingen da zu fotografieren ich glaube ein schlechtes wetter gibt es da gar nicht aber ja lohnt sich ist jedoch sehr windig also das solltest du wissen im vorfeld zieht halt wie die sau aber richtig cool gefällt also post anstoßen mit kohle post scheiße schon wieder viel zu trocken wir müssen mal wasser anmachen du kaffee rein das schmeckt nicht hinten wäre noch angebrochenes radlach was machen wir heute mal schauen dass wir irgendwo pennen können würde ich gerne mal nach st peter ohrding an den strand ja und dann ist der tag auch schon wieder vorbei aber ich fand die nacht sehr entspannt es ging ja es war nicht so schnell wie gedacht ich dachte es wäre deutlich windiger und lauter und so also von dem regen wurde ich manchmal wach ja und von meinem geschnarcher du hast mich zweimal geweckt zweimal ja ja ich glaube schon ja es ist halt schwierig mit hunden ich kann mich nicht umdrehen wenn er irgendwo liegt und mir im weg ist du kannst ihn wegschieben wenn du magst ich bin ein tierlieber mensch du magst ihn ja ich schiebe keinen weg bist du kein ausländer den man einfach hinschubt das war spaß liebe zuschauer spaß das ist nicht meine persönliche meinung sondern ich überspitze das einfach mal du bist eine kunstfigur ich bin eine kunstfigur dann darfst du auch rauchen im video ja und dann irgendwann in 30 jahren wenn ich mal bundeskanzler werden soll dann kommt dieser clip ans tageslicht angelo merda aber ungeschnitten dann ist er einfach nur das ist mit den ausländern ich meine geschnitten nur mit diesem take wie das so ist sind sie die erste nacht komplett mit vollversorgung mit strom und wlan geht so wlan aber es ist schon ganz cool weil alles aufladen zu können ja und auch mal duschen zu können und wasser nutzen zu können das ist dann schon ganz geil wir müssen mal schauen wir haben die option eventuell noch eine nacht bleiben zu dürfen da bekommen wir noch einen anruf eventuell da hoffen wir sehr dass wir noch eine nacht dürfen wenn nicht dann fahren wir einfach nachher weiter richtung st peter vor ortigen und dann danach richtung ostfriesland ich muss das mal mit porridge aufessen das war bisschen viel hast du dir verdient danke ich wechsle nachher noch meine speicherkarten kann ich auch machen ein bisschen tauschen ich meine eigentlich vielleicht habe ich die Zeug in die Kamera getan sehr gut aber ich muss sagen ich bin schon ein bisschen schäbig dass ich so diese stellplätze echt jeden Bums bezahlen lassen Strom duschen und so alles was gut ist muss extra zahlen ja oft ist was du eh schon zahlst wir sind es bei 34 euro oder so ja das ist schon echt verdammt viel dafür dass du einfach das Klo nutzen kannst und dich hierhin stellst und Strom inklusive aber das ist so viel nicht ja öser was ist das problem hast du das mikrofon an ja klar ich kenne mal einen Scheitel rüber hier das problem ist wir haben jetzt einen neuen platz bekommen für die zweite nacht hier auf dem Parkplatz das ist der Wohnmobilparkplatz der ist aber so groß wie vor dem Dorfbäcker und da soll ich jetzt hier parken und dann auch noch umlenken verstehen sie das ist ein riesen Problem ich kann hier im Leben nicht mehr umdrehen also ich würde hier links einfach durchfahren wenn wir durchpassen würden aber geht wahrscheinlich auch nicht ähm das ist Mist ich habe jetzt keine Idee wie wir das hier lösen sollen das ist rotz ich bin gerade ein bisschen traurig ja irgendwie kriegen wir das schon hin aber das ist schon scheiße vor allen Dingen wir sollen ja hier Strom haben aber hier gibt es keinen Stromanschluss bis auf dort drüben wahrscheinlich an dem hier ist keine WLAN Antenne wahrscheinlich haben wir da gar keinen WLAN empfangen mehr das ist ja auch nichts neues ja was machen wir jetzt äh geh mal rein und frag mal naja ich würde mich jetzt auf jeden Fall so hinstellen dass wir wieder rauskommen ja bevor ich jetzt zu ihr hingehe verstehen sie mhm ich würde mich gerne rückwärts da ran stellen ja aber das geht nicht das äh aber du musstest da ein bisschen durchfahren wir sind zu lang ich würde hier einlenken und dann irgendwie versuchen rum zu fahren ich fahre jetzt nochmal drei Meter zurück und hole ein bisschen aus und fahre dann hier so rein ja ja so und dann fahren wir zurück ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei den Trucker Babes nur dass du kein Babe bist und keine Truckerin ich fahre mal Sportmodus an oder? zum umparken ja mach was du willst dann wird das Gelände abschüssig scheiße ich schwöre wir reißen das ist jetzt der Moment wo der Hänger voll nah steht du sollst euch aussteigen um zu filmen mach's mal bitte das geht nicht das geht nicht gut das wird nichts das wird nichts ich steig mal aus ja es ist doch Ja, ich fahr wieder raus. Ja, fahr raus. Ja, aber es geht. Fahr mal rückwärts. Es wäre für den Trailer vielleicht abzumachen und reinzuschieben. Wir hatten den doch auch gerade eben geschoben bekommen. Was wiegt der denn? Viel. Der wird schon ein paar hundert Kilo wiegen. Aber den kriegen wir reingeschoben. Aber du kannst auch so einfach rückwärts fahren oder nicht? Ja, wo wollen wir denn heute stehen? Ja, frag die doch mal, ob die wirklich das hier meint. Die meint das. Ich hab's auf der Karte gesehen. Ich schwöre. Neben Zeltplatz hat sie gesagt. The only way. Und wir fahren einfach hier gerade ran. Mhm. Und fahren morgen früh rückwärts irgendwie raus. Wir hätten gleich rückwärts reinfahren müssen. Ja. Das wird rückwärts übelster Sackgang. Fuck off ey. Aber wo sollen wir hier denn dann angeblich Strom haben? Von den Teilen da drüben, vom Zeltplatz. Weißt du, das tut weit weg. Ja, mit der Kabeltrommel. Du musst das Ding noch ein bisschen weiter in die Richtung drehen. Nach rechts ja. Genau, so ein paar Zentimeter und dann rückwärts rausfahren. Und dann passt's. Dann stehst du sehr gut. Ich geh nach hinten und guide dich, ne? Okay, go! Warte mal! Stopp! So, du bist jetzt quasi draußen und musst es da runter lenken. Dort drüber, ja? Rechts. Genau. Siehst du mich, der Skispiegel überhaupt? Ja, ein bisschen. Okay. Ich bin jetzt doch ganz gut gut gekommen. Okay, warte, ich geh da hin. Kann ja sein, dass irgendein Auto kommt oder so. Ja. Alles auf Video. Alles festgehalten hier für die Nachwelt. Ja, es läuft. Warte mal. Warte kurz. Warte. Warte kurz. Fahrst du bis raus? Ja, fahr mal weg da hinten. Ja, fahr mal weg da hinten. Mega, oder? Da rauskommen hätte ich nicht gedacht. Jetzt fahren wir mal raus. Ja, okay. Jetzt fahren wir mal raus. Okay. Ah, wunderbar. Ah, wunderbar. Ah, wunderbar. Ah, wunderbar. Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich zeige euch jetzt mal die Roomtour hier von diesem tollen Wohnwagen der Style 400F von LNC Caravan Deutschland. Ich würde sagen, kommt einfach mal rein. Wir schauen uns gemeinsam um. Hier rechts geht es gleich los mit der Küche. Hier kannst du abspülen. Hier kannst du kochen. Hier hast du drei Platten zum Zubereiten. Also mega eine ganze Menge, wo du ganz viel zubereiten kannst. Hier hast du noch Abstellmöglichkeiten, was ich auch sehr cool finde. Hier kannst du noch was schneiden oder zubereiten. Sehr, sehr schön. Eins, zwei, drei große Fächer zum Verstauen. Plus ein vieres rechts, was regalähnlich ist. Hier gibt es dann die heiligen Hallen nach dem Essen. So, hier gibt es noch einen Kühlschrank. Da ist auch recht groß, da könnt ihr mal reinschauen. Der ist sehr groß. Sehr, sehr groß. Hier ist ein Schrank für den Tisch und für die Stühle. Zum rausstellen. Hier unten gibt es dann noch Lüftungsgebläse, wo du dann auch heizen kannst. Jawollo. Hier gibt es dann den großen Aufenthaltsbereich mit TV-Konsole. Wir zeigen das mal hier gleich. Hier kannst du den Fernseher anschließen. Hier gibt es auch noch mal einen Volt-Anschluss. Hier gibt es zwei Steckdosen. Du kannst dir hier einen Fernseher hinbauen. Oder du nutzt es wie wir als Ablage. Wir haben mal unseren Rucksack hingestellt. Unsere Kameras hier hingestellt. Damit es ein bisschen aufgeräumter ist. Auch hier gibt es noch mal zwei Schubladen unten. Wie gesagt. Und hier zwei große Sitzbereiche. Und ich sag mal so. Hier Kaffee trinken. Und das MacBook hernehmen. Ein bisschen Fotos bearbeiten. Abchillen mit Freunden oder mit der Freundin. Mit den Partnern. Das ist schon echt cool. Macht viel Spaß. Dahinter gibt es dann noch das Bett. Das ist auszuklappen. Da muss der Tisch auch geklappt werden. Dann hast du hier komplett die Liegefläche. Die du komplett ausnutzen kannst. Kannst dir auch ideal noch mal alles zumachen wenn du liegst. Kannst dir hier. Was ich auch sehr cool finde. Ist wenn du liegst im Bett. Kannst du dir noch so eine Lampe einschalten. Zum Lesen. Oder noch mal zum Arbeiten. Ist auch recht schick gelöst. Kannst du auch komplett verstellen. In der Richtung wo du es magst. Und. Das Teil ist ja auch neu. Und für mobiles Laden ausgelegt. Du kannst hier. Das hier abmachen. Jawoll. Und dann kannst du hier. Bestimmen. Auf welcher Position du hier dein Telefon. Oder dein Gerät. Was per USB geladen werden kann. Hier anschließen möchtest. Finde ich ziemlich cool. Weil du hast hier oben Ablageflächen. Und dann kannst du noch mal. Ja. Selber schauen. Wo zum Platz hier am besten passt. Und. Oberhalb gibt es noch Verstauungsmöglichkeiten. Eins. Zwei. 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 etwas ausleiht oder kauft. An und vor sich hast du viele Möglichkeiten hier, wie gesagt, Sachen zu verstauen, Sachen zu laden und ja, ich würde sagen, alle, die das noch nicht kennen, sollten unbedingt mal vorbeischauen bei LMC auf die Webseite lmccaravan.de und ja, schaut euch dieses Modell an. Wenn ihr es noch gar nicht kennt oder Interesse habt, fahrt vorbei und fahrt mal Probe, sitzt mal rein und ich glaube, da wird der ein oder andere mit Sicherheit Gefallen der Hand finden. Wir haben jetzt die Fragestellung, wir sind jetzt hier reingefahren, diesen kleinen Hügel hoch und da können wir links oder rechts fahren. Jetzt sind wir rechts gefahren, haben gemerkt... Sie müssen sich wahrscheinlich sowieso erstmal hier oder waren Sie hier zum Reservieren? Ja, aber anrufen. Wir brauchen ja die aktuellen Tests von Ihnen. Das haben wir dabei. Sie haben ja sicherlich keinen Eincheck-Code und so von uns erhalten, nehme ich an. Nein, das haben wir nicht, aber wir wissen nicht, wo wir uns anmelden. Dann müssen Sie sich hier unten anmelden. Ja, okay, unten. Wir sind von der Hauptstraße eingebogen und da hieß es gerade vor. Das war wahrscheinlich zu weit, ja? Ja, weil Sie sich erst an der Rezeption anmelden müssen. Wir sind ja dreigeteilt in der Campingplatz. Okay, also fahren wir wieder runter zur Hauptstraße. Ja, einmal wieder nach unten kommen. Genau. Okay, danke. Sehen Sie auch die Rezeption eigentlich, ja? Super, danke sehr, tschüss. So, frühen Morgen gibt es natürlich Porridge und die beste Aussicht nach draußen in so einem Gebiet. Naja, was müsste man machen? Egal. Aber wir essen jetzt auf und dann geht es gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie ihr seht, bin ich jetzt wieder zurück. Ich bin nicht mehr am Trailer von LMC und auch nicht mehr an der Küste unterwegs. Und an dieser Stelle erst einmal vielen, vielen Dank an LMC Deutschland für die Gelegenheit, eine Woche den Trailer und zwar den Style 400F testen zu dürfen. Vielen Dank. Wir haben sehr coole Fotos gemacht. Wir hatten sehr schöne Spots auch dabei, auch wenn das Wetter uns oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Na, von Corona ganz zu schweigen. Es war dennoch eine sehr interessante und sehr coole Woche, gemeinsam mit Nico. Vielen Dank auch an dich, Nico. Es war eine sehr, sehr tolle Zeit und ich hoffe auf eine Fortsetzung und auch an euch ein großes Dankeschön für eure vielen Fragen und danke auch an eure Reaktionen zu unserer Reise, die ja nun doch ein bisschen speziell war mit uns und ja, es hat uns eine Menge Spaß gemacht und euch jetzt erst einmal einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, grüß dich, servus Nico. Du wolltest wissen, was wir drin alles zu Möglichkeiten haben. Ne, nochmal. Oh, das hat man ja gesehen. Mein Messer, Agavendickseft habe ich noch dabei. Ja, das hat man ja jetzt bei den Arsch gekriegt. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Vielen Dank.